Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von Star Wars Battlefront 2 und mit dabei ist immer noch wie gewohnt der Black Knight. Hi Leute! Und ja, heute spielen wir mit der Republik auf Naboo. Und ja, würde ich sagen, starten wir rein. Oh, let's go. Für die Republik! Die Droiden kraschen an. Wir müssen sie aufhalten. Verliert sich keine Position, Jupp. Ja, warte, warte, warte. Erstmal Granate werfen. Genau. Jo, wie viele sind da denn? Oh, Alter. Alter, viel geht's echt ab. Ja, gut. Nimm erstmal einen Minigan. Ja, vor allem der mit einem schweren Geschütz. Der ist echt... Der krasseste. Ist halt einfach so. Ja. Voll. Erst mit der Karate gleichwerfen. Karate geworfen! Jawoll. Wir sind zerfetzt. Jo, und genauso wurde ich auch eben von der rechten Seite zerfetzt. Nice. Ah, stark. Wir müssen jetzt verteidigen. Ja, Verteidigung muss ich jetzt fest, aber... Na gut. Mit der Republik geht's auf jeden Fall. Im Gegensatz... Zum Widerstand und der ersten Ordnung. So, kommt der. Junge! Der hat gerade eben sowas von Schuss abgesetzt. Gerade eben. Junge. Komplett weggeballert. Wir müssen einfach mal den hier, den Spezialisten... Glaub ich snipen. Ja. Wer seid ihr denn? Ihr Klappergestelle. Ja, geil. Da. Was seid ihr denn? Kommt der. Wie die fliegt? Was seid ihr denn? Hä? Hallo. So. So. Boah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mal zurück in die Schlachtschule. Ich dachte nicht zu weit. Oh, da sind Rüdiker. Jawoll, nice. Weil wenn die halt auch ihre Schilder aufhaben, halt auch nicht ganz so optimal. Wenn man die halt dann bekämpfen will im Nahkampf oder so. Ja. Die sind halt schon heftig. Da wo sind die denn? Geht, da kommt... Der Typ der Sniper hat, hab ich auch ganz chillig. Ja. Er kriegt die wohl gut weg. Ja. Hast du den auch grad eben? Ja. Der ist echt chillig. Da kommt der. Er ist abgehauen. Hat anscheinend keinen Bock mehr auf mich. So, da bist du. Toll. Nice. Dick gefetzt. Und halt der Typ mit der Minigun. Der ist halt auch richtig big. Ja. Der ist auch big. Warum sind die denn? Ach, da hinten. So, komm. Das ist auch noch. Da kommt der. So, ein Halt. Hab ich's. Und jetzt auch noch den Nächsten. Jawoll. Nice. Läuft eigentlich bisher ganz gut, ne? Läuft. Und der ist schon ruhig, hm? Ja. Kriegst du den? Äh, ja. Hab ich. Nice. Ach ne, Darth Maul ist da. Ich mag zwar selber mit dem zu spielen, aber gegen ihn... Ja gut. Ist jetzt nicht ganz so... Nice. Bisschen kritisch. Bisschen, ja. Müssen zurückbringen. Mann. Woll das denn? Äh, hier hin, ja. Okay, die kommen gleich auf den Zug. Äh, Dings. Wenn du Spektalisten hast, probier mal diese Brille. Man kann alle sehen. Ja? Ja. Was bringt die eigentlich? Man kann einfach alle Gegner sehen, wo die sind. Durch die Wände. Ah, okay. Aber schießen kann man damit nicht, oder so, ne? Nein. Einfachs Ding. Ah, so ein Infrarot-Ding, ne? Genau. Irgendwie im Nachtrecht oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich versuch grad den hier wegzusliden. Ah. Bin ich tot? Nein. Ist er da? Ja. Ah, das ist nicht ganz so nice. Nicht zerfetzt? Ja. Aber ich hab ihn auch. Nice. Jawoll. Ja gut. Ein Klon gegen einen Ziff, das nimmt man wohl mit. Ja. Die Flöte sind keine Freiklinge. So, wo seid ihr? So, komm. Ich bin fertig. Nice. Mein Typ schlägt sich ja echt ganz gut. Wen hast du grad? Immer noch den Sniper-Typen. Ja, der ist eigentlich sehr stark. Feier den. Gehen. Gott, den hab ich. Wo ist denn der andere? Klasse. Ich darf halt nicht zu weit vordringen. Hört's bei dir aus? Ganz gechillt. Bei mir ist halt keiner. Okay. Das ist eigentlich nice. Nice aber für mich. Und da kann ich so die Points getten. Ja, stimmt. Die A haben wir, glaub ich, gleich verloren. Oh, da sind die! Oh, hier ist ein nicer Spot. Schon wegsniiten. Junge, ey. Der Typ rasiert richtig cool. Und ist mein neuer Lidling geworden. Ja. Oh, Obi-Wan ist da. Nein, das wird nicht wahr. Oh, ich find's gut. Besser als Anakin. Ja, besser als Anakin. Das stimmt. Aber Obi-Wan geht jetzt gleich die ganzen Points weg. Ich hab 9000. Alter. Ich nehm jetzt einfach mal Yoda. Und zeig, was du kannst. Yoda, hier ist Yoda. Yoda, hier ist Yoda. Yoda bin ich. Den krassen. Ich mach euch fertig. Yoda ist eigentlich auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ja. Obwohl er so klein ist, ne. Halt nicht nur im Film. Das wissen wir, dass er ziemlich krass ist. Aber halt jetzt aufs Spiel bezogen. Und. Ja. Oh, ich hab's doch gerade so rechtzeitig geschafft. Alter. War noch irgendwie so eine Sekunde übrig. Sonst wär ich halt sofort instant verreckt. Oh, da kommen wieder irgendwelche. Wo kommt ihr denn her mit eurem Speeder, Alter? Guckt ihr's an. Er packt sich an der Wand fest. Oh, okay. Wo ist das? Oh, hier ist Doku. Oh, hier ist Doku. Und er hat mich geholt. Joku Doku. Nein, 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 nein. Von überall. Okay. Ja. Anakin ist auch belegt. Stimmt. Okay. Bacca. Los, kommt her. Ja. Uh, okay, gut. Super. Ey, der geht voll. Ja. Der wohnt nicht. Ja. Doku geht's grad echt ab bei mir. Ich bin grad zwischen Punkt A und B. Ja. Da bin ich auch. Nice. Junge, was ist hier denn los? Alter. Dann nehm ich da... Doku, Doku, Doku. Doku ist da. Doku ist da. Komm, mach ihn fertig. Doku ist da. Gegen Obi-Wan. Alter. Ja, ich bin tot. Du warst Obi-Wan oder wer warst du? Nee, ich war... Der Obi-Wan. Aber da war Obi-Wan. Okay. Hat er ihn geholt? Weiß nicht. Weißt du nicht? Ich glaub, Doku rennt auch immer rum. Oder? Oh, hier geht's wieder ab. Come back mit euch. Yo. Mich hat's erwischt. Alter. Den kann ich spielen? Obi-Wan. Jawoll. Oh, my word. Mein Lieblings-Yedi. Ist halt wirklich... Weil Obi-Wan ist halt einfach sympathisch, der Typ. Ja. Und er wird halt einfach von jedem gehasst. Von Doku, von Maul, von Grievous. Von einfach jedem. Ist doch. Ist eigentlich der Kraft. Er hat gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Man kommt zu Anakin, der Abgehobene. Die sind alles super, ne? Ist doch. Ja, komm. Nein, shit. Das Anakin. Nein. Ich warne euch. Der Typ ist gefährlich. Warne euch. Es war schlecht. Jodas Doku! Und er wurde gekillt. Mit Glück. Ach nee, Darth Maul ist hier. Nein. Hier sind wieder 60.000 Leute. Ja komm, du musst Gas geben. Los. Kommt's bei dir aus? Ich bin gestorben, aber jetzt bin ich ein Snipertyp. Also richtig krasser. Nein, abgehoben habe ich. Ey, kommt. Ich müsste uns die Minuten durchhalten. Oh, das ist auch nee. Oh, was? Meister Kenobi. Jawoll. Ach nee, Maul ist da und Grievous. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Komm, Obi-Wan. Mach was, bitte. Und Anakin. Obwohl ich dich hasse. Ey, Mann. Grievous und Darth Maul. Was für ein Kombo. Einfach der Horror. Los, Obi-Wan. Mach doch was. Nö, einfach kein Bock. Maul ist auch noch da. Geil. Gülig, ne? Ja, und ich wurde sofort gekillt. Nice. Feier ich. Ja, Grievous. Komm, komm, komm. Er will gegen mich kämpfen. Ja. Sehr gut, ne? Unangenehm. Sehr unangenehm. Alter, ich werde sofort zerfetzt. Das ist nicht normal, ey. Wirklich. Wobei viele von denen da sind. Tja, wirklich. Junge, was ist das? Müll ist das. Der ist das, der Krieger. Junge. Ja, komm, Alter. Weißt du, was ich mir nicht nehme? Den? Von mir offiziell. Ja, soviel zu dem Thema. Ah, wieder eine weitere Niederlage mit Derephobik. Ach, Mann, ey. Das könnten wir besser, Brüder. Es will nicht sein, es will nicht sein. Nein. Du auf der 4, ich auf der 2 und Karton vor... ...Uck auf der 1. Ah, ja. Und ja, würde ich sagen, war es das wieder mit einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen bei einem weiteren Video wieder ein. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. 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 Vielen Dank.